Warum ist dein Intro so laut, Digger? Was geht ab, Gang? Vielen Dank für die 10.000 Abonnenten. Oder sollte ich sagen 11.000 oder 12.000 oder wahrscheinlich schon 13.000 Abonnenten, wenn das Video hier online kommt. Oh my God! Ihr seid geisteskrank. Wie mein verrückter Onkel, der im Knast sitzt, weil er im Supermarkt sein bestes Stück in eine Wassermelone gehalten hat. Wie auch immer. Ich bin schon ein kleiner ASMR-Fan und schaue mir das wirklich manchmal zum Schlafen gehen an. Und neulich habe ich diesen chilligen ASMR-Livestream auf TikTok entdeckt. Heute haben wir meinen Son und wir machen die Emoji-Challenge. Heute mache ich Whip-Green. Entspannend. Bro, wie ehrenlos ist dieser kleine Bruder da. Eine Schweigeminute an alle, die während dem Stream wirklich eingeschlafen sind. Und dann wegen dem kleinen Brä sich so erschrocken haben und aufgewacht sind. Alle, die sagen, das ist ein Prom-Döner. Da steht doch Dönerbox. Junge, hat der gerade ehrlich am Anfang gefurzt? Bro, wie ekelhaft! Steig den Schiss doch einfach raus. Was ist denn los mit dir? Wie soll ich irgendwie eine Meinung oder keine Ahnung was von dir ernst nehmen, wenn das Video so startet? PioWi, dein russischer Freund ist bei dir zu Hause. Iiiiih, Junge! Wieso in mein Gesicht aber? Bah! Egal wie sehr ich meinen Freund mögen würde, ich würde ihn raushauen direkt. Das ist ja ekelhaft. Blähd. Ach, blähd. Sie, ich bin nicht so eine. Auch sie, fünf Minuten später. Haaah! Alle Mädchen sind gleich. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Boah! Junge, ich würde jetzt schon ausrasten und den Typen beleidigen dafür, dass er so eine Scheiße mit mir macht. Ihm geht's auch gar nicht mehr gut. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer als der Sprung selber. By the way, YouTube, das hier wird natürlich alles von Stuntmännern ausgeübt, okay? Niemand verletzt sich hier. Das ist ja klar. Boah! 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 Oha! Wie er ihn einfach runterkickt. Übertreibt doch! Mach doch gleich Randy Orton RKO mit ihm und zerstör ihn komplett. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Wir beobachten im folgenden Clip Männer in der freien Natur. Wie es so üblich ist, sind die Jungs dort im Video auf zwei Promille draußen am Herumspazieren. Was soll nur schief gehen, fragt man sich. Ey. Geht's los? Ja. Ja, ey. Pick dich! Junge, du sattelst du. Nee, Schatz. Nee, nicht! Oh, Junge, Alter! Junge! Bro, es war so klar, dass spätestens in den nächsten Sekunden irgendwas passiert, was total abgef***t ist. Woher kam dieses Fahrrad plötzlich? Oh, Junge, Alter! Wie die Arme noch geschrien hat. Aber wenigstens ist hier nichts passiert. So, stellt euch mal vor, die hätte irgendwie noch so einen kompletten Frontflip gemacht, wie der Kollege im letzten Video im Rollstuhl. Ey, das war so gottlos. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Chip hier kennt. Der ist gottlos. Gottlos scharf. 2 Millionen Skouville. Das ist, glaube ich, genauso schmerzhaft, wie wenn du deine Zunge auf die Herdplatte hältst. Der Chip nimmt dich auseinander, okay? Das ist dein Untergang. Und auf jeden Fall gibt es diesen Bray hier. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Name ist und wir nennen ihn jetzt einfach mal Eugene. Und Eugene bekommt einen Zehner. Bro, ich werde das niemals für einen Zehner machen. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall bekommt Eugene 10 Euro, wenn er diesen Chip jetzt isst und für zwei Minuten danach nichts trinkt und keine Mine verzieht. One second before you put it in your mouth, hold on. My brother, let's see. My brother. You are crazy. Was ist mit dem Weihnachtsmann dort hinten passiert? Geht's dem Bruder noch gut, oder? Ich glaube, bis jetzt ging noch alles, aber so langsam geht's wirklich los und seine Fresse fängt an zu brennen. Ja, ja, ja. Na klar bist du alright. Der Arme stirbt gerade schon innerlich und versucht es zu überspielen. Wir sehen es doch alle, Eugene. Du bist kurz vorm Heulen. Wer ist das denn jetzt, heilige Mutter Maria? Wieso sieht sie genauso aus, wie ich mir die obdachlosen Frauen am Frankfurter Bahnhof vorstelle, die mich um drei Uhr morgens nach einem Euro und einer Zigarette fragen? Ey, yo, hast du mal einen Euro oder eine Ziese für mich? Cool, ich gebe dir 20. No. Das heißt, I'm... It's burning, but she ain't really that, that bad. I know I'm going to walk on that, but... On this... Look at the camera. On this scale from 1 to 10. Boah, er ist so am leiden. Seine Augen sind schon voller Tränen. Er ist so am heulen. Ihm geht's gar nicht mehr gut. Aber trotzdem dickes GG an dem Prefis durchziehen. Und ich hoffe, er wurde jetzt nicht komplett verarscht und ausgenutzt und hat den Zehner nicht bekommen. Proof, Japan is living in the 3000s. Und für alle Sprachleger-Szeniker, das heißt übersetzt, der Beweis, dass Japan in den 3000ern lebt. Perfekt. Ja, immerhin besser als die türkischen Eisverkäufer. Boah, ich bin ein Füßler. Eis! Bro, gib mir doch einfach das Eis. Ich habe so einen Freund, der heißt Marc. Und würde er dort stehen und der Eisverkäufer würde das bei ihm machen, er würde ausrasten und den Eisverkäufer das Eis auf der Hand schlagen und mit dem Stab ihn dann einfach verprügeln und dann seinen Eiswagen anzünden. Und das alles nur, weil er sein Eis nicht direkt bekommen hatte und verarscht wurde. Bro, original so war es immer, wenn meine Mutter gesagt hat, hey, äh, könntest du dir Getränke halten, bis wir zu Hause sind? Ja, genau so, was passiert dann auch immer. Aber es ist ja auch verständlich. Wer trinkt bitte so viele Getränke? Holy shit. Ah, goodness. Puh. Wollt ihr dich? Wirklich? Ich stürm, Leute. Ich stürm, Leute. Wollt ihr dich? Ja, wollt ihr dich? Yo, 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 Bro. Alles gut? Seine Stimme ist so geisteskrank am Cracken. Er wird immer kurz für eine Sekunde so zum Feuermelder. Ja, Boy, GT. Das sieht der aus. Boy, GT. Siehst du? Siehst du? Ich bin ein Akkord. Er ist ja komplett am Durchdrehen wegen einem Ford GT. Oh, was würde mit ihm passieren, wenn da jetzt ein Lamborghini oder Ferrari auftaucht? Leute, hier gibt es so. Ähm, nice Mikrofonqualität. Entspannend. Nein, Bro, du machst das jetzt nicht. Er hat es getan. Oh, nein. Wie kann dir das schmecken, Junge? Ey, wie konnte das Video noch so enden? Es tut mir leid, wirklich. Naja, gut, Freunde. Nachdem wir wieder zusammen hier ein paar Gehirnzellen verloren haben, danke ich euch fürs Anschauen. Und ey, falls ihr es noch nicht wisst, jeder, der auf Abo klickt, bekommt einen Kuss auf den Arsch von mir. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.